hallo mein lieber steinbock und auch hallo an alle anderen die eingeschaltet haben herzlich willkommen auf meinem kanal wika stern lieber steinbock lieber steinbock schön habt ihr alle hier her gefunden ich hoffe euch geht es gut wir schauen uns heute die karten an für die zweite jahreshälfte von 2024 das heisst wir schauen uns die energien zwischen juli und bis mit dezember an wir schauen uns an welche haupt energie begleitet dich in den nächsten sechs monaten ganz stark was solltest du wissen was ist der rat und was liegt im schatten was ist dir nicht bewusst sollte dir aber bewusst sein lieber steinbock diese legung ist für alle die die steinbock energie auch leben und fühlen das heißt du kannst auch steinbock platzieren mond venus oder als aszendenten wichtig ist einfach dass du dich damit identifizieren kannst denk auch daran dass gewisse nachrichten manchmal auch gespiegelt sind das heisst dass sie nicht dich betreffen sondern jemanden der dir neu steht aber das wirst du automatisch merken falls das der fall sein sollte nichtsdestotrotz ist das eine allgemeine legung vergisst das bitte nicht das heisst nicht jede botschaft wird wahrscheinlich für dich sein hör da ganz fest auf deine innere stimme sie sagt dir was wichtig ist für dich und was eben nicht wie immer findest du alle infos zu persönlichen legungen und in der infobox ich werde auch meine dienstleistungen erweitern und zwar werde ich auch noch karma und schicksalsanalysen anbieten ein bisschen zum thema lebensaufgabe auf nummerologischer und astrologischer basis und ich werde diese dienstleistung einfach stück für stück etwas erweitern du darfst immer wieder mal auf der webseite nachschauen wenn du möchtest vor allem wenn dich das thema interessiert ja lieber steinbock dann würde ich sagen starten wir doch lieber steinbock die zweite jahreshälfte 20 24 ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe das gefühl die zeit rast davon liebe steinbock was ist wichtig für dich was ist wichtig für dich sehr starke energie sich schliessende tür liebe steinbock ich habe das gefühl es ist zu weit dass sich eine tür schließt und eine neue öffnet sich es kann sein dass ihm die nächsten monaten sich dir ein neuer weg öffnet und auch neue perspektiven neue chancen vor allem auch beruflich gesehen wenn du jetzt an etwas dran bist kann es dort eine wendung geben aber zu deinem gunsten habe ich das gefühl ich sehe auch dass ein thema abgeschlossen wird fühlt sich nach einer entscheidung an als würdest du erkennen was das richtige für dich ist mit etwas wirklich abschliessen können vor allem wenn dich ein thema ganz stark begleitet ich sehe hier auch das thema resonanz ich habe das gefühl hier geht es vor allem um energien im einklang mit dir selbst sein und hier geht es auch darum dass du dich damit und dass du dir zu herzen nehmen darfst dass du wirklich nur menschen um dich herum hast die auch mit einer energie mädchen das heißt dass alles auf einer ebene passiert dass es keine disharmonie gibt also hier geht sich um das thema harmonie habe ich das gefühl dass du immer dinge tust die deiner essenz entsprechen also deinem wahren ich und nicht dass du plötzlich dinge tust die gar nicht deinem wahren ich entsprechen ich glaube das siehst du aber und das gehst du auch an ich habe das gefühl diese möglichkeit bringt dich total in einklang was ist was auch immer das ist das neue was ich hier zeigt das komplett eins schauen wir mal mit dem großen arkana dein haupt thema für die nächsten sechs monaten welche haupt energie begleitet dich ganz stark was muss vielleicht aufgelöst werden oder genauer betrachtet werden seine haupt energie was ist ein thema was ist ein thema steinbock dein thema der turm starke erkenntnisse dinge neu erschaffen dinge vielleicht anders tun ich sehe dass du etwas es hat eine energie von zerstörung aber jetzt im positiven sinne gemeint zerstörung ist vielleicht das falsche wort mit kommt einfach gerade kein anderes wort was vielleicht immer ein bisschen was vielleicht eher passen würde ich habe das gefühl aus würde man etwas abreissen damit etwas neues entstehen kann also hier ich habe auch das gefühl wenn du in den nächsten sechs monaten einem inneren ruf und irgendeinen inneren ruf verweigerst könnte das universum kommen und dir halt die wahrheit zeigen und je nachdem ob du deinem inneren vertraust und diesen weg gehst ist diese turm moment einfach in form von einer persönlichen klarheit was weg muss was sein darf wenn du aber weg schaust wenn du deinem inneren ruf nicht folgst dann wird dir das universum eine situation bringen die dich vielleicht etwas schockiert wird und der turm ich weiß viele mögen diese karte nicht weil es immer so ein bisschen eine überraschung etwas hast du nicht erwartet aber eigentlich wenn wir ganz 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 ehrlich sind mit uns selbst und in uns hinein hören haben wir das eigentlich schon gesehen dass es kommt wir haben einfach weggesehen also der turm moment ist immer ein zeichen wir haben irgendwo weggesehen und der turm ist eigentlich sehr eine gute karte weil er möchte dich darauf hinweisen hey das ist nicht eins erschaffe dir dein neues fundament oder dein neues schloss oder was auch immer weil der turm bringt dir immer die nackte wahrheit und hier kommt eine form von wahrheit und entweder findest du sie selbst und akzeptierst du sie und wenn du sie nicht akzeptiert und an irgendetwas festhält was nicht mit einer energie übereinstimmt dann wird das universum dir den turm bringen beruf liebe spielt absolut keine rolle damit du hin schaust damit du erkennst hey dort sind risse vorhanden weil sind wir ehrlich wenn etwas nicht klappt wenn wir nicht wissen warum es nicht klappt dann wird es schwierig etwas dagegen zu tun und der turm zeigt dir eben was nicht klappt warum es nicht klappt und erst wenn du wirklich das warum weisst kannst du auch die nötigen maßnahmen treffen darum ich finde den turm ist sehr sehr wertvoll auch wenn er vielleicht manchmal im ersten moment uns den atem nimmt bringt er uns immer ganz ganz große chancen schauen wir mal der turm warum ich habe auch das gefühl das universum möchte dass du etwas in die hand nimmst es könnte um das thema geld gehen erfolg beruf ich glaube dass du mehr eben auch deine seelen essenz dass du einen beruf ausübst was mir deinem wahren ich entspricht also hier geht es auch um das thema bestimmung und berufung leben dass du dich wirklich damit auseinandersetzen darfst falls beruf dein thema ist hier könnte eine schicksalshafte begegnung kommen oder erkenntnis ein ziel könnte sich dir zeigen was ein bisschen unerwartet ist und so nicht geplant und das ist vielleicht so ein bisschen dieser überraschungsmoment schauen wir mal was ist denn dein hindernis was hindert dich daran ja diese schliessende tür zu sehen oder zu akzeptieren was hinter dich daran wo darfst du hinschauen wenn ich ja viel mehr auf dein gefühl hören könig der kelche wasserenergie also höre wirklich auf dein gefühl auf dein vertrauen nicht auf nur auf den verstand klar brauchen wir das den verstand um dieses gefühl von vertrauen zu verarbeiten aber höre auf deine innere stimme begib dich wirklich auf diese innere reise und nicht nach dieser össeren reise weil steinbockenergie das gehört ja auch zur lernaufgabe von steinbock menschen dass sie lernen die reise im inneren zu beginnen und nicht nur im aussen weil steinbock neigt eben dazu sie stark im aussen sind was wollen die anderen sehen was muss ich für die anderen tun was gehört sich und hier geht es auch wirklich mal ins eigene bedürfnis hinein zu gehen hinein zu fühlen warum könig der kelche als hindernis ja hier kommt eine information die sehr wichtig ist kann auch eine person sein luftenergie oder wasserenergie und diese information könnte in dir etwas trinken oder es könnte ein impuls kommen ein gefühl ein intuitives gefühl wegen dieser nachricht und diese information höre auf dieses gefühl weil es wird genau richtig sein ist genauso unterdrücke dieses gefühl nicht und halte nicht stuhr an etwas fest was vielleicht nicht sein soll schauen wir noch mit den astrologischen würfeln welche themen werden angezeigt wo darfst du hinschauen die nächsten sechs monaten liebe steinbock wo haben wir das stopp hier ist das stopp das erste haus hier geht es um das thema auch aus tendenten wenn du deinen aus tendenten weist beschäftige dich mal damit was bedeutet ein aus tendenten dein aus tendenten kannst du musst du die geburtszeit und den geburtsort wissen also hier aus tendenten wird angezeigt sehr wichtig für dich versuch die lichtzeiten vom aus tendenten mehr zu leben weil dort drin ist eine wichtige botschaft für dich enthalten welche du vielleicht mehr in den nächsten sechs monaten implementieren solltest hier haben wir noch jungfrau energie das heißt erschaffe dir auch neue gewohnheiten habe ich das gefühl erschaffe ordnung jetzt geht es um ordnung erschaffen nicht mehr und etwas etwas vielleicht reparieren wollen was am zusammenbrechen ist sondern wirklich fangen vom fundament her an dies neu aufzubauen oder zu reparieren also nicht beim dach oder so anfangen sondern wirklich von den grundlagen her grundsäulen hier wirklich ordnung schaffen und im geist ich rede vom geist nicht von außen ordnung im geist schaffen ist sehr sehr wichtig und wir haben noch sehr interessant wir haben noch uranus es kommen veränderungen ich sehe hier ganz starke plötzliche veränderungen vielleicht zwingen dich diese veränderungen schon fast dass du dir vielleicht eben neue gewohnheiten aufbaust du das zeigt dir welche gewohnheiten tun dir vielleicht nicht gut wo braucht es vielleicht noch etwas ordnung ich habe eben das gefühl das thema aus sendend ist sehr sehr wichtig aus hier darfst du dich mal anschauen wir haben von den energien her wieder energie wasser man energie und jungfrau energie ganz stark also hier kommen veränderungen sei wirklich auch bereit dafür vielleicht eben eine tür zu schliessen damit ich habe auch das gefühl du solltest zwingend diese tür schliessen weil sonst kommt das universum macht es für dich eben dieser turm hier schauen wir mal weiter was müssen wir sonst noch wissen was kommt ja schon wieder der turm sieben der münzen ich sehe das etwas gedeiht eine vorstellung möchte er blühen wir haben hier den stern zwei der stäbe und der turm ich habe ich habe auch das gefühl sich zeit für etwas aber hier liegt wie ein zögern der stern wasser man energie könnte eine person mit stern zeichen wasser man thema sein muss aber nicht ich sehe aber dass es hier um eine vision geht um einen tiefen tiefen wunsch aber ich sehe hier wie zwischen stühlen und bänken stehen dieses verharren dieses nicht losgehen sich nicht entscheiden und dann kommt der turmoment das universum zeigt dir was schauen wir mal der stern ja so ein bisschen auch thema persönlichkeitsentwicklung persönliches wachstum jungfrau energie schon wieder hier wird etwas ganz genau betrachtet vielleicht schon etwas zu über analysiert vielleicht zu viel in den gedanken sein zu stark träumen warum zwei stäbe warum dieses dieses innehalten ach der münzen du bist dir nicht sicher also ich nehme zwei verschiedene dinge war entweder bist du dir nicht sicher ob du die richtige entscheidung treffen kannst du bist wie eine art überfordert oder hast so viel zu tun es liegt so viel auf dem tisch so viel im kopf und ich weiss nicht ob du das kennst manchmal haben wir so viel zu tun dass wir wie verharren und den wald vor lauter bäumen nicht sehen und ich sehe du weiss gar nicht wo ansetzen wo anfangen wo fange ich an mit dieser mit diesem traum mit dieser dieser vision diese entscheidung wo setze ich an und ich sehe auch dass du dir nicht sicher bist ob es mit dieser person ob es fast dass eine neue person ist könnten auch zwei personen im raum stehen ob harte arbeit sich lohnt oder ob das sich nicht lohnt ob du diese energie investieren möchtest oder eben nicht warum der turm warum der turm steinbock warum der turm ui schon wieder der turm war lieber steinbock dein deine zweite jahres hälfte ich habe das gefühl das universum möchte dass du etwas aufräumt dass du dich entscheidest ich habe auch das gefühl das universum möchte wie platz schaffen für 20 25 das beginnt jetzt wir haben hier dreimal den turm hier auch nochmals wir haben sieben der schwerter 6 der münzen und der münzen also hier gibt ganz genau acht wem du vertraust ist einfach mein rat falls du verträge machst liest das kleingedruckte falls du mit finanzen bereich arbeitest gibt acht wem du da vertraust ich sehe hier eventuell auch plötzlicher betrug oder dass die plötzlich bewusst wird dass eine person nicht ganz ehrlich war oder vielleicht auch dein arbeitgeber dir etwas dir etwas versprochen hat und das plötzlich nicht einhält und das gegenteil passiert also hier hörte auf dein gefühl du weisst ganz genau was das dann ist du wirst es vorher schon fühlen die frage ist einfach ob du dieses gefühl akzeptieren kannst also ob du dem vertraust weil du weisst es schon du wirst es vorher schon wissen und ich sehe auch der turm moment kommt um dir mehr leichtigkeit zu bringen um dir was aufzuzeigen dass ein ich habe das gefühl dass etwas anderes wertvoller ist ein anderer weg vielleicht oder eine andere gewohnheit ritte der münzen also hier wirklich schauen kann auch sein dass du plötzlich erfährst und du findest heraus dass jemand eine maske trägt und du findest heraus dass du dich selbst sabotiert hast und dann kommt das universum um dir dabei zu helfen das bewusst wahrzunehmen um dir zu helfen hey jetzt kannst du dich entscheiden hier ist die wahrheit also hier kommt wie eine richtungsänderung sehe ich wo das universum möchte dass du diese richtungsänderung eigentlich dass diesem gefühl vertraust weil eben das ist etwas was du eigentlich dann schon fühlst und dieses gefühl wird in form von einer nachricht oder information schon mitgeteilt schauen wir mal was ist denn der rat ja schau genau hin schau genau hin nicht alles ist so wie auf den ersten blick im beruf sehe ich auch dass eine neue idee vielleicht besser ist als du denkst viel besser ist als du denkst ich glaube etwas du unterschätzt etwas ich glaube das universum möchte dir das eben zeigen irgendetwas unterschätzt du was liegt im schatten ja die hohe priesterin stark intuition liegt aber im schatten es scheint so was würdest du zu wenig darauf zugreifen also deine intuition und ich meine nicht das emotional weil emotional das besteht aus angst frust verzweiflung wut und deine intuition kommt aus dem herzen rein neutral ohne wertung sagt einfach wie es ist und ich habe das gefühl deine intuition ist stärker als du denkst sag dir ganz ganz genau was sache ist hör darauf vertrau auf deine innere stimme weil sie weiss dir den weg vor allem ist es sehr wichtig für die nächsten sechs monaten ja mein lieber steinbock vielen dank fürs zuhören zuschauen lass ein like da abonnier meinen kanal und bis zum nächsten mal ciao